Musik Ich darf Sie hier im Schüttkasten zum höchsten Fasching-Metrie anmelden und begrüßen. Und begrüßen Sie vor allem mit mir unser regierendes Fürstenpaar Jana und Matthias I. von Fabianis. Mir bleibt jetzt nur mal eines zu sagen. Gute Unterhaltung mit der ersten Mauter der Faschingsgilde. Und begrüßen Sie mit einer dreifachen Maut, meine Frau, die jetzt den ersten Darbietung darbringt. Maut! Mama! 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 Bitte schön. Das Faschingsrezept. Man muss doch die Leute gewissermaßen an Fasching richtig spinnen lassen. Denn hat ein Seelenleben eine Knotsch, brauchst du keine Behandlung und keine Couch. Keine Psychotherapie, das bügelt uns der Faschingsgilde. Der Urschrei Humpa und Mama befreit dich sofort vom seelischen Stab. Das Schunkeln links, rechts, auf und nieder sprengt sofort deine Karriere-Meter. Dann singst du noch aus voller Brust, denn das vertreibt sofort den Frust. Die ist mir leer zu dir und du kannst auch zu mir. Wenn du mir auskommst und gehe, wie kann ich stelle auf dich. Die ist mir leer zu dir und ich habe ne Sterne nachsehen. Das ist mir hoch wie verkörde dich. Applaus Applaus Fall nun ab! Na, schlafen nicht auf die Krasse. Ja! Schaum, blablabla! Du, Papa! Papa, liest du das da ein Öffenturm? Nein. Papa, wo ist das denn? Ein Storchsturm aus dem... Papa, sind wir noch nicht in Paris? Nein. Papa, wo sind wir denn? In Tirol. Papa, wo sind wir denn in Paris? Am Abend, wenn es finster ist. Nein! Papa, warum ist in Paris immer finster? In Paris ist nicht immer finster. Du hast aber gesagt, in Paris ist es immer finster. Wenn wir hinkommen, ist finster. Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Mordner und Mordnerinnen. Und ein Hello an den Rest der Welt. Es freut mich, dass ich Sie zu zahlreich begrüßen kann. Sie fragen sich sicher, warum sind wir denn alle hier? Ja, angefangen hat es so. Unser Herr Bürgermeister, der Herr Pfarrer und unser Herr Lehrer, auch unser Herr Postenkommandant, obwohl der, der hat sich ein wenig zurückgehalten und noch ein paar nicht so wichtige Menschen, beschlossen Mordern auf der ganzen Welt bekannt zu machen. Also nach dem 5.8. hatte man eine besondere hell leuchtende Eingebung. Unser Herr Bürgermeister wollte etwas ganz Besonderes. Koste es, was es wolle, egal. Es sollte ein Treffpunkt sein für Jung und Alt. Kein Brunnen zum Mützen sammeln, kein Wasser für medizinische Zwecke. Nein, es sollte eine Statue sein. Eine Statue, wo man Kräfte sammeln kann. Wie zum Beispiel durch Handauflegung oder durch Trügerstreichen. Also das, das hat sicher keiner. Gesagt, getan, ein Modell musste her. Nach langem Hin und Her hatten wir endlich das passende Objekt. Auch Bauhof musste her. Es wurde geschliffen, fein säuberlich poliert, geschwitzt und geschmiert. Und siehe da, unsere Fabianis-Kraftstatue wurde geboren und wird natürlich heute feierlich eingeweiht. Liebe Jana, lieber Matthias, ich hoffe es hat euch gefallen. Wir kommen jetzt leider Gottes zu Ihnen. Zu erfreulichem Teil. Gut, zuallererst möchte ich mich beim Fürstenwarte bedanken, die in Tadlus gearbeitet haben. Also in der Regentschaft für D2 hat sehr unheimlich viel geändert im Motto. Also schauen wir mal, was die nächsten Fürsten dann auf die Tür bringen, was sich da heute ändert. Also herzlichen Dank, Rainer und Matthias. Ein besonderer Dank gibt jetzt glaube ich einen Donnerstuhl. Also ich bin jetzt schwer am überlegen, ob wir wirklich die Würfel im Kreisverkehr stehen lassen. Demnächst sollte ich eigentlich in mein Gefühl reinkommen, habe ich eine bessere Idee. Der Thomas, wenn er da oben liegen würde, der auf einer Schein und sich vielleicht mitraten würde. Nein, Thomas, vielen, vielen Dank. Nicht nur für eure Anbietung, sondern auch für die ganze Organisation, auch für Forschung und dem Ganzen. Meiner Seite, Herr Seidberg, danke, nämlich nicht nur meiner Familie, sondern meinem Team, dass wir immer wieder unterstützt, sonst wäre es nicht möglich. Ich versuche daher mein einfaches Normal auf die Forschungsgilde und der Mitglieder. Mama! 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 Ihr seid perfekt, ein Wahnsinn. Danke. Ja, ich bin gerne. Nachdem du den Schlüssel hast, ich darf ich dir suchen, dass du den Schlüssel an den Bürgermeisterin gibt. Wir werden diesen wieder im Rates aufhängen. Und ich kann mir vorweg so viel sagen, das hat sich nicht nur einiges in der Gemeinde getan, sondern auch etwas Positives, glaube ich, im Bereich der Finanzen. Aber das werden wir in den nächsten paar Wochen dementsprechend kolportieren und auch sagen. Ich kann mir Danke sagen. Ihr habt es ganz toll gemacht. Und vielleicht macht ihr es ein anderes Mal wieder. Danke. Klappt. 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 Danke. Klappt. Klappt. Ja, ihr habt. Gut liebog. Gussi. Amar vritt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR